In Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole und Esperanto-Stadt, gibt es eine weitere E-Tankstelle. Und zwar beim Finanzamt gegenüber bei den Parkplätzen. Da ist das Finanzamt von unserem Rewe-Markt, wo also auch genügend Parkplätze sind, wenn man da warten möchte. Kann man auch noch nebenbei Shopping erledigen, wenn man unterwegs ist. Hier gibt es eine weitere E-Tankstelle. An der Osteroda-Straße in Herzberg am Harz befindet sich eine weitere E-Tankstelle mit verschiedenen Anschlüssen für die neue E-Mobilität. Ich rechne damit, dass das so eine Geschichte ist, die am Kommen ist. Hier gibt es übrigens auch sehr lecker einen Imbiss direkt nebenbei, wo es Eichsfelder Mettwurst gibt und drüben eine Pizzeria. Also wenn man hier seinen Wagen auflädt, hat man auch genügend Möglichkeiten in der Stadt aktiv zu sein und sich Dinge anzuschauen. Wir haben in Herzberg mehr als eine E-Tankstelle und diese ist auch sonst von den Hauptverkehrsstraßen sehr gut zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.